Hallo meine Lieben, wir sind beim Date mit der Yui im Smile Burger und sagen ihr, wir gehen Sushi essen und sie ist ein Sushi-Freak und sie wird einen ganzen Haufen davon essen, sagt sie. Sie hat Hunger, lass uns schon gehen. Komm schon, lass uns reingehen. Ich hab Hunger. Sicher. Willkommen. Lass mich euch die Sitze, also euren Tisch zeigen, hier entlang. Daneben sitzt ein Mädchen mit einer Haube. Willkommen, willkommen, kommt herein. Was kann ich heute für euch machen? Vielleicht sollte ich für uns beide bestellen, oje. Sie hat gesagt, sie ist ein Haufen, ne? Das ist Thunfisch. Nehmt mir das. Da spielst Kamurocho Lalaba im Hintergrund. Da spielst Kamurocho Lalaba im Hintergrund. Hier ist ihre Rechnung, Sir. Danke schön, Sir. Bitte kommen Sie bald wieder. Oder beehren Sie uns bald wieder. Ich glaub, das ist das kürzeste Date. Ich glaub, das ist noch kürzer als das vorige. Oiskata! Wow, das war so gut. Ich glaub, ich hab zu viel gegessen. Uah! Ich bin froh, dass du's magst. Danke, das Sushi war ne Bombe. Danke für die Einladung, Curiosa. Und komm mal in den Club, um mich zu sehen, okay? Ich glaub, das war noch kürzer als das vorige. Und dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn's euch gefällt. Und alles Liebe. Ciao!